Am 17. Januar 2020 2015 fand zum zweiten Mal in Göttingen die Nacht des Wissens statt. Die Universität und weitere Bildungs- und Forschungseinrichtungen luchen zu unzähligen Veranstaltungen aller Fachgebiete ein. Über 200 angebotene Vorträge, Experimente und Mitmachaktionen lockten über 19.000 Besucher in die über die ganze Stadt verteilten Veranstaltungsorte. Das Institut für Astrophysik bot kleinen und großen Lego-Freunden den Bau eines Teleskops im Maßstab 1 zu 150 an. Aus mehreren tausend Bausteinen sollte während der Veranstaltung das European Extremely Large Telescope nachgebaut werden. Über 40 Lego-Konstrukteure ab sechs Jahren halfen dabei mit. In Zweierteams wurden nach Bauanleitung aus den vorsortierten Lego-Steinen die einzelnen Elemente des Teleskops zusammengebaut. Also das wird später die Halterung für das Teleskop. Wir haben jetzt hier so ungefähr 100 bis 250 Teile verbaut. Und dieser Kranz kommt zum Schluss hier oben drauf. Im Modell ist das dann hier oben und da kommt dann das eigentliche Teleskop drauf. Und das kann man dann halt hier so drehen und damit halt dann ausrichten. Also wir haben gerade dieses Teil gebaut. Das sind die Seitenstützen und die sind hier im Bild. Und das wird ein Teleskop. Es wird in Südamerika, in Chile auf einem Berg gebaut. Das European Extremely Large Telescope, kurz ELT, ist ein Gemeinschaftsprojekt von 15 europäischen Ländern unter der Leitung der europäischen Sudsternwarte. Das Großprojekt wird innerhalb der nächsten zehn Jahre in der chilenischen Atacama-Wüste erbaut. Der über 3000 Meter hohe Berg Cero Amazonas wurde als Standort ausgewählt und mit dem Bau einer Straße und der Absprengung der Bergkuppe begann das Projekt Mitte 2014. Also in der letzten Nacht des Wüstens vor zwei Jahren ist bereits ein Lego-Modell hier in Göttingen gebaut worden. Das war damals der Large Hadron Collider und genauer, das war eigentlich das Atlas-Experiment am LHC in Genf. Und wegen der guten Erfahrungen, die dort gesammelt wurden mit den jungen Leuten, haben wir gedacht, lass uns das noch einmal aufgreifen. Und wir entwickeln jetzt ein Lego-Modell für ein Großteleskop. Das ist sozusagen die andere Seite des physikalischen Spektrums. Das ist die Elementarteilchenphysiker, die suchen nach den kleinsten Dingen in der Natur. Wir schauen mit den Teleskopen in den Kosmos, untersuchen die größten Strukturen. Und das Schöne dabei ist, hier schließt sich der Kreis, weil nämlich die Elementarteilchenphysiker und die Kosmologen wieder zusammenfinden und zusammen diskutieren müssen, um die großen Rätsel der Physik zu lösen. Das ist die dunkle Energie und die dunkle Materie. Und gleichzeitig wollen wir das Modell, dieses Lego-Modell benutzen, um den Nachwuchs zu werben und für die Naturwissenschaften zu begeistern. Denn die Naturwissenschaften leiden doch etwas unter Studierendenrückgang und insbesondere Physik und Mathematik. Und wir wollen versuchen, die jungen Leute für die Naturwissenschaften eben neu zu begeistern. Wenn das ELT in 2024 fertiggestellt ist, wird es das größte optische Teleskop der Welt sein. Die 798 aneinander gesetzten Spiegelelemente ergeben einen Hauptspiegel von 39 Meter Durchmesser. Damit wird es zum ersten Mal möglich sein, Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems direkt zu beobachten. Wissenschaftler auf der ganzen Welt erhoffen sich des Weiteren große Fortschritte in den immer noch aktuellen Fragen der modernen Astrophysik. Fragen nach schwarzen Löchern, der dunklen Materie, der Entstehung der Galaxien, des Urknalls und Fragen nach unserem eigenen Ursprung in diesem gigantischen Universum. Wir haben dieses Modell ausgewählt, weil vor drei Monaten sind wir darauf aufmerksam geworden. Das ist am Observatorium in Leiden entwickelt worden. Und wir haben gedacht, das ist eine gute Idee, dieses Teleskop aufzugreifen, weil wir selber hier als Institut für Astrophysik in Göttingen Partner in diesem Projekt drin sind. Wir bauen an der First Light Kamera für dieses Teleskop mit und da ist es eine sehr gute Gelegenheit, das Teleskop der Öffentlichkeit hier in Göttingen bekannt zu machen. Das Lego-Modell des ELT kann in der Fakultät für Physik besichtigt werden. Hierzu bieten sich vor allem die monatlich stattfindenden Führungen des Instituts für Astrophysik an. Bei gutem Wetter ist es dabei auch möglich, einen Blick durch das Nachtteleskop zu werfen und interessante Objekte wie die Planeten, den Mond oder Orion selbst zu beobachten. Weitere Informationen sowie die Termine der Führungen sind auf der Homepage des Instituts zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.